hallo liebes team von jochen kaufmann und jochen kaufmann natürlich auch und an schätzle auch ganz liebe grüße was soll ich sage ich bin einfach so dankbar dass vor zehn jahren eine arbeitskne zwei arbeitskolleginnen von mir damals bei euch waren und während meines urlaubs und als ich wiederkommen bin vom urlaub in der betrieb haben die angefangen wir sind glückliche nichtraucher und ich habe gedacht ihr habt doch vorher die zigaretten gefresse so wie ich auch so ein richtiger suchtbolzer ja und die haben da ein wissen glückliche nichtraucher dann hatte ich damals dann gesagt was habt ihr gemacht wo wart ihr habt ihr irgendwelche medikamente genommen und die wir waren bei jochen kaufmann und ich das muss ich mir auch angucken habe mich dann erkundigt habe mir deine seite angeschaut und sofort kam der wunsch ich muss da auch hin weil schon allein die positive energie die du auf deiner seite und auf der präsenz aussendet habe ich gedacht damit schaffe ich das das ist schon das letzte was ich brauche und gesagt getan am 6 10 2013 habe ich dein seminar besucht lieber jochen das geht mir wirklich sehr sehr nah weil damals hatte mein jüngster sohn zu mir gesagt mama wenn du weiter so rauch erlebst du mein 18 geburtstag nicht mittlerweile ist die mama zehn jahre glückliche nichtraucherin jochen du weißt gar nicht wie dankbar ich dir bin und dass ich die unterstützung von dir erhalten habe und wirklich zehn jahre nicht mehr rauche die scheiß krepp stengel nicht mehr brauche ich hätte niemals gedacht dass es so leicht ist mit deiner hilfe und ich rate wirklich jeden holt euch die hilfe von jochen seid euch das selber wert dass ihr das durchzieht und das kann so leicht sein wenn ihr möchtet seid ich bin stark und holt euch die hilfe nämlich um hilfe bitten und hilfe annehmen zeugt von stärke und so war es auch bei mir dann mit abnehmen ich hatte dann also krankheitsbedingt und sucht verlagerung hatte ich sehr viel zugenommen und habe dann mich überwundern hatte das seminar von jochen besucht habe anfangs 33 kilo abgenommen und konnte das auch sehr lange halten krankheitsbedingt ja und medikamentös habe ich dann wieder zugenommen und ich habe immer wieder mit mir geringt und habe gedacht oh gott das ist doch eine schwäche wenn ich jetzt wieder das seminar wiederholen und ich hatte dann jochen kontaktiert und er hat mir so viel mut gemacht und was soll ich sagen ich war am 21 januar noch mal beim seminar zum abnehmen und seitdem ich bin so happy also mittlerweile sind wieder elf kilo noch mal gepurzelt ich fühle mich wie neu geboren ich fühle mich fitter und vitaler wie vor zehn jahren also ja mir geht es auch gut ich bin zuckerfrei ich bin rauch frei ich esse kein weizen mehr ich motiviere schon meine arbeitskolleginnen die freuen sich auch dass es waren zwei mit dabei die sind auch so froh dass sie bei dir waren jochen und jetzt kommt wieder eine zum raucher seminar und leute ich kann euch jochen nur empfehlen und ich habe eine collage gemacht mit meine bilder vom abnehmen und jedes mal verschrecke ich selber wenn ich gucke es ist einfach nur geil wartet mal ich zeige es euch ja das ist das vorher nachher ich möchte mich einfach nur von ganzem herzen bedanken lieber jochen du bist einfach klasse deine arbeit ist so viel wert danke 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 ganz liebe grüße an euch und ich sende dir das bild noch als e mail vielen dank